Ich bin Draco Malfoy. Ich bin Draco. Ich bin auf eurer Seite. Das war ein Zitat von Draco Malfoy. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Draco Malfoy zum letzten Mal. Siebte Schuljahr. Und dann haben wir es hinter uns. Ich weiß nicht, ob ich mich deswegen so sehr freue oder ob ich mich einfach nur freue, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen. Das ist so schön. Also ich freue mich tatsächlich, dass wir zusammen eine Folge aufnehmen. Und ich freue mich weniger darüber, dass es Draco ist. Ich sehe aber die Notwendigkeit, das auch endlich zu beenden. Das leid. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, also wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir wissen ja, Draco hat auch viele Fans. Aber ich finde vollständige Sachen dann doch schon schöner, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Nee, ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir mal wieder zusammengefunden haben, die Original Schokofrösche. Es kann nur eine super Folge werden, egal wer besprochen wird. Natürlich. Genau, das denke ich auch. Und deshalb startest du am besten mit der Einleitung, denn die kannst du am besten. Das hast du schon sehr oft bewiesen. Es ist ja das Buch Heiligtümer des Todes. Draco musste zuletzt aus Hogwarts fliehen und ich frage mich natürlich immer, was muss in Draco vorgehen in diesem Sommer? Er hatte ja dieses enorm stressige Schuljahr mit diesem viel zu großen Auftrag, den er am Ende ja tatsächlich mehr oder weniger erfüllt hat. Aber halt immer zu was für einem Preis? Ich meine, Draco ist jetzt einfach voll und ganz Todesser. Seine Familie ist allerdings nach wie vor in Ungnade gefallen. Sein Schulleiter ist tot. Voldemort ist mächtiger als je zuvor und hausiert auch bei den Malfoys im Haus. Also es muss schrecklich sein und es hat sich eigentlich nichts verbessert, sondern eher noch verschlimmert. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Ich erinnere mich dann an den Momenten, wo ich das hier so durchgegangen bin. Also auch den Sommer, den er ja dann vor sich hat. Normalerweise bedeutet das ja auch so ein bisschen so ein Stück weit Erlösung. Du hast frei, du kannst, gerade wenn du ein privilegiertes Kind bist, so wie Draco, hast du wahrscheinlich alle Möglichkeiten, den Sommer zu verbringen. Und diesmal ist es ja richtig kacke. Erstmal hatte er das Jahr davor und das finde ich so krass, das will ich nochmal hervorheben, ja nicht nur diesen sehr großen Auftrag, den er nicht bewältigen konnte. Er hatte den Auftrag, jemanden zu ermorden. Ja. Und das ist ja jetzt nochmal ein bisschen was anderes, wenn er nur das Verschwindekabinett hätte reparieren sollen. Okay, das ist auch dunkle Magie und muss man gucken, ob das klappt und da kann auch was schief gehen. Aber es ging ja auch darum, einem sehr angesehenen Zauberer, sehr starken Zauberer den Garaus zu machen. Das finde ich schon ziemlich krass und das, glaube ich, kann man nicht einfach so, nur weil jetzt Sommer ist und schulfrei und der Snape hat mir die Aufgabe abgenommen, einfach so hinter sich lassen. Ich glaube, das hat man für immer im Knochenmark sozusagen. Und das ist, glaube ich, schon sehr belastend. Und zusätzlich kommt halt noch dazu, dass Voldemort in dem Haus abhängt mit seiner Schlange, mit allen Todessern, die da sein sollen oder auch nicht. Und da kann es sich ja auch gar nicht mehr wohlfühlen und ich befürchte auch, dass sie so Privatsphäre-technisch, das gibt es nicht mehr. In was für einer Angst du leben musst, wenn da Nagini und Voldemort in deinem Haus ständig rumkreuchen und fleuchen. Ja, vor allen Dingen Nagini. Voldemort denke ich mir so, boah, wenn Draco jetzt, sagen wir, er hat die Freiheit, auf sein Zimmer zu gehen, gehen wir jetzt davon aus, dass es so ist, dass er das schon hin und wieder mal machen kann und er nicht wie angewurzelt oder angewachsen dann die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzen muss. Dann hätte ich trotzdem Angst, dass immer diese Schlange da rumwuselt und ich könnte kein Auge zumachen, ich würde nicht schlafen. Ist ja ekelhaft. Und dann finden ja in diesem Sommer auch noch häufig diese Todessertreffen statt, im Haus quasi, im Wohnzimmer oder Esszimmer oder wo auch immer, der Malfoys, also auch mehr als bedrohlich, weil das sind ja jetzt nicht nur, sage ich mal, gesüttete Menschen, sondern da ist halt auch ein Fenrir Greyback mal dabei oder irgendwelche brutalen, unzurechenbaren Menschen eben, das ist schrecklich. Weißt du auch, ob Bellatrix Lestrange sich zusammenreißen kann? Nein, weißt du nicht. Ja, die dürfte sogar noch häufiger im Haus sein, sowieso schon, das ist ja eh schrecklich für Draco. Eigentlich ziemlich dramatisch. Und bei diesen Versammlungen werden die Malfoys ja auch ordentlich von Voldemort erniedrigt, so zum Beispiel, als er Lucius Malfoys Zauberstab an sich nimmt und Dracos Vater ja somit auch unbewaffnet zurückgelassen wird, also er hat jetzt nichts mehr, um sich magisch zu wehren. Und all das bekommt Draco ja mit und das ist mehr als verstörend und traumatisierend für ihn. Ich meine, er hatte ja eh jetzt schon die ganze Zeit Angst um seinen Vater. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt besser für ihn. Schließlich war sein Vater ja auch immer eigentlich ein starker, mächtiger und einflussreicher Mann in Dracos Augen. Und ja, das ist definitiv vorbei. Da kann er sich nichts mehr vormachen. Nee, aber ich frage mich, ob für Draco sich was ändert, wie er seinen Vater sieht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, nicht, dass sein Vater trotzdem quasi der Held der Geschichte für Draco ist. Warum sollte er sich jetzt gegen seinen Vater stellen? Das fände ich jetzt komisch. Nee, das nicht, aber ich glaube, es kippt so ein bisschen. Also er merkt jetzt so, sein Vater hat halt einfach nichts mehr zu kamellen. So das Blatt hat sich gedreht. Genau, also ich glaube, er hat jetzt erst bemerkt oder auf jeden Fall viel zu spät, dass das Leben, was er da vorgeführt hat, ganz anderes ist, was er jetzt führen muss, zwangsläufig. Und ich glaube, dass er gerade auch noch im Sechsten, da hat er ja anfangs auch noch so eine große Klappe gehabt, dass er die jetzt auf keinen Fall mehr hat. Und dass diese Erkenntnis aber, dass er vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, halt super spät kam und jetzt halt vor den Scherben der Malfoy-schen Ära steht. Das ist halt schon krass. Ja, und diese Erkenntnis auch, dass dieser Ruhm und dieses Ansehen, welches die Familie ja all die Jahre gelassen hat, dass das vergänglich ist. Sowohl in der normalen Zaubererwelt, weil auch da war Lucius ja im Ministerium angesehen und sowas, als auch bei den Todessern. Das ist halt beides vorbei. Er ist auf beiden Seiten eigentlich jetzt quasi unten durch. Naja, und man muss dazu sagen, er hat sich selber ja dadurch, dass er sich ja oft auf seinen Vater bezogen hat und auch eher ihm nachgeeifert hat, hat ja auch keinen eigenen Ruf gemacht. Das heißt, automatisch mit dem Fall von Lucius Malfoy ist auch Draco gefallen. Wenn er vorher, wenn er klug gewesen wäre, jetzt reden wir hier von dunkler Magie und auch von Todesser-Dasein. Ich finde auch okay, dass er sich da jetzt nicht weiterentwickelt hat und brutaler geworden ist. Aber wenn er sich selbst einen Namen gemacht hätte, dann hätte er ja vielleicht den Fall seines Vaters überlebt, sprichwörtlich gesehen. Aber so ist halt die ganze Familie Malfoy in Ungenade gefallen und das muss halt auch Draco anerkennen und kann sich eben nicht mehr auf seinen Vater stützen. Und das ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dann hat Draco auch keinen Angriffspunkt mehr, wo er starten kann. Also ich glaube, der ist total lost, weil bis jetzt hat er immer irgendwie seinen Weg seinen Vater vorgegeben. Also entweder Lucius hat Dinge verlangt, die Draco dann erledigt hat, oder Draco hat sich so sehr an seinem Vater orientiert, dass er es quasi einfach so gemacht hat, wie sein Vater vorher oder wenigstens diese Vision verfolgt hat. Aber das bringt ja jetzt nichts mehr. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Draco ansetzen würde, um alleine klarzukommen. Also würde er nicht. Nö. Und das ist halt traurig. Und das Schlimme ist ja auch noch, die machen sich ja auch alle so über die Familie Malfoy lustig. Und diese Art von Erniedrigung, das hat Draco ja vorher auch noch nie in diesem Maße erfahren. Nee. Also er hat ja eigentlich immer nur ausgeteilt. Und er war immer in dieser höheren Position, in der er sich gesehen hat. Und jetzt ist er ganz, ganz unten und erfährt am eigenen Leib, wie sich das anfühlt, das Opfer quasi zu sein. Also Voldemort macht sich ja zum Beispiel über Tongs und Lupin lustig, die ja geheiratet haben. Und da Tongs ja mit Narzissa verwandt ist, ist das natürlich gefunden, das Fressen für die Todesser. Und die sich ja auch alle, außer natürlich den Malfoys, königlich darüber amüsieren. Und dann spricht Voldemort Draco auch noch direkt an, was Draco total bestürzt. Und er schaut dann auch so seinen Vater so hilfsuchend an. Und das finde ich so schlimm, weil Lucius weicht dann so seinem Blick aus. Der guckt seinen Sohn nicht mal an. Sein Vater ist gar kein Halt für Draco. Also nicht mal so eins von wegen, ja wir halten zusammen. Nee, Lucius zieht sich da komplett raus und stützt seinen Sohn da in dieser schwierigen Situation überhaupt nicht. Und das finde ich für Draco wirklich ganz schön hart, weil er eigentlich das ganze sechste Jahr damit verbracht hat, den Ruf seines Vaters zu retten. Und jetzt ist sein Vater aber nicht für ihn da. Ja genau und seine Mutter ist auch nicht hilfreich. Die schüttelt dann noch so ganz leicht den Kopf, also deutet das so an. Ich meine, klar kann die jetzt keine große Reaktion zeigen vor den Augen von Voldemort. Hilft aber Draco ja auch überhaupt nicht und starrt dann auch an die Wand. Also sie schickt ihm auch keinen hoffnungsvollen, stärkenden Blick, sondern auch nur so einen sehr unsicheren und ich weiß nicht genau, was ich hier tue. Also mach du auch nichts, Blick. Ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mitleidenswert, weil sie denkt so, ja ich wünschte, ich könnte was tun, aber ich kann nicht. Ja genau, aber helfen tut das auch nichts. Und weil die halt einfach so machtlos sind. Die sind ja nicht in der Position irgendwas zu tun. Und das ist natürlich auch total verhöhnend, dass Voldemort überhaupt nach Dracos Meinung fragt. Weil das interessiert ihn ja eigentlich gar nicht. Es ist ja einfach nur Erniedrigung pur. Also er will Draco, oder er weiß, dass wenn er Draco jetzt anspricht, dass er ihn einfach nur erniedrigt und runter macht und blöd dastehen lässt. Mehr ist es ja nicht. Es ist interessiert Voldemort ja nicht. Es ist ein Vorführen einfach. Genau. Total. Draco sitzt zu Lucius Rechten und starrt immer wieder zu der Person, die kopfüber dem Tisch hängt. Und es sieht so aus, als ob sie an unsichtbaren Seilen aufgehängt wäre. Ich glaube, es sieht super makaber aus, ja. Draco kann diesen Anblick seiner, das ist seine Mogulkundelehrerin tatsächlich, so wenig ertragen. Er selbst hatte die ja nie im Unterricht, ne? Ne, genau. Aber erkennt sie natürlich aus Hogwarts. Genau, ja. Er sieht schon hin, also er kann auch nicht weggucken. Und er sieht auch dann immer wieder zu Voldemort, aber guckt sofort weg, weil er Angst hat, dass, was passiert, wenn sich deren Blicke kreuzen. Und ich finde das super schlau von ihm, weil ich würde Voldemort in dieser Situation auch nicht anschauen wollen. Und vor allen Dingen mit Blickkontakt. Ne. Das wäre wahrscheinlich ein gefundenes Fressen für Voldemort, dann direkt mal sein Wort an Draco zu richten. Also das macht er dann schon ganz klug. Aber man sieht in dieser Situation jetzt natürlich sehr klar, dass Draco wahnsinnige Angst hat. Und wenn er könnte, würde er wahrscheinlich diese Situation verlassen. Aber ihm ist natürlich klar, dass er da jetzt auch nicht wegkommt. Und ich glaube schon, dass ihn das nicht kalt lässt, dass das ein Mensch ist. Ich glaube, er hat keinen Bezug zu ihr. Aber dennoch würde er nicht, also er möchte auch bestimmt keinen Mord vor seinen Augen sehen. Deshalb ist das noch so eine traumatisierende Situation, in der er sich befindet. Und ja, letztlich nimmt Voldemort ja dann Lucius' Zauberstab und tötet sie. Und dann kommt ja Nagini und frisst Charity Burbage. Ekelhaft. Das will auch keiner sehen. Also es ist eine richtig schlimme Situation. Und nach all diesem Spott und Hohn, denen sie da ausgesetzt waren, gipfelt das quasi in diesem Mord vor seinen Augen. Das ist, glaube ich, ganz schlimm. Tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, und auch sonst wird Draco von Voldemort ja übelst misshandelt und traumatisiert. Denn er sucht sich später ja ausgerechnet Draco aus. Der Roel foltern soll, weil dieser das Trio hat entwischen lassen. Und das ist natürlich auch indirekt wieder eine Strafe an Draco. Ja. Also vielmehr, dass es irgendwie eine Ehre sein soll oder so, wie das vielleicht für eine Bellatrix gewesen wäre. Genau. Weil man sieht, Draco ist ja auch total an, dass es ihm dabei überhaupt nicht gut geht. Ja, also er hat ein sehr ausgemergeltes, versteinertes Gesicht und er muss Roel dann foltern und macht es ja auch nur, weil Voldemort ihm droht, dass er selbst sonst gefoltert wird. Also so eine Art Erpressung. Und das stelle ich mir auch ganz schwierig für Draco vor, weil ihm das wahrscheinlich vorher gar nicht bewusst war, dass das auch Aufgaben eines Todessers sind. Da würde sein Vater wahrscheinlich nicht am Essenstisch drüber gesprochen haben. Und jetzt ist er plötzlich so vor vollendete Tatsachen gestellt und muss halt eben auch diese Art von Aufgaben übernehmen unter Todesangst dann halt. Es ist ja auch so, dass Voldemort bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so viel Macht hatte und auch im Ersten Zaubererkrieg vielleicht, den müssen wir vielleicht ein bisschen ausklammern, aber Voldemort hatte ja bis vor kurzem auch gar nicht so die Freiheit, so doll zu agieren. Und ich glaube, dass Lucius das dann auch einfach unter den Tisch gekehrt hat, weil er dachte, durch seine hohe Stellung kommt Familie Malfoy niemals in diese Position und hat seinen Sohn dahingehend halt null vorbereitet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Lucius zu seiner Zeit, wo es ihm noch gut ging, ja auch eher so eine ehrenvolle Aufgabe war, wie für Bellatrix das war, sodass das vielleicht auch überhaupt gar nicht so in seinem, also in seinem Blickfeld war, so ich muss vielleicht meinem Sohn noch zwei, drei Dinge mit auf den Weg geben. Ja, und Lucius war natürlich auch damals schon älter, als Draco jetzt ist. Draco ist ja wirklich noch sehr, sehr jung in dieser Position. Und man darf auch nicht vergessen, wir kennen das ja von vielen Todessern, dass die ja gar nicht so liebeempfänglich sind. Also Voldemort ist es natürlich nicht, aber auch eine Bellatrix nicht, ein Dollarhoff mit Sicherheit auch nicht. Das sind alles kaltblütige, erbarmungslose Menschen, die keine Gefühle quasi haben, die positiv sein könnten. Wir wissen aber, dass es bei dem Malfoy anders ist. Und dadurch, dass Draco Liebe kennt, kennt er halt auch Mitgefühl und Empathie. Und ich glaube, selbst der Auslöser dafür zu sein, dass dieser Mensch gerade so leidet, da vor seinen Füßen sich krümmt und so, ich glaube, das ist ganz schwer für Draco, weil er dahingehend schon eigentlich die Empathie hat, dass er da Mitleid empfindet. Das denke ich auch. Dass ihm das auch leid tut, weil er würde das ja aus freien Stücken niemals tun, weil dieser Mensch hat ihm ja nichts angetan. Nee, das denke ich auch. Also wenn Draco nicht jetzt gebrochen ist bereits, dann spätestens in diesem Moment. Aber ich glaube, er war es vorher schon. Aber das setzt dem Ganzen natürlich nochmal irgendwie die Sahnehäubchen auf. Das klingt so nett, aber es ist nicht so gemeint. Nee, keine Sahne in Sicht. Draco kehrt dann ja zurück nach Hogwarts. Warum überhaupt? Was ist der Sinn für Draco, eine schulische Ausbildung zu Ende zu machen, die ja eigentlich für ihn keine Rolle spielt? Also in diesem Imperium, was Voldemort plant, ist, glaube ich, Draco theoretisch ja auch schon fertig. Da geht es ja nicht um einen guten Abschluss, sondern eigentlich ja nur darum, irgendwie so eine Armee von blutrünstigen Zauberern und Hexen hervorzubringen und alle anderen, die was anderes denken, zu unterdrücken. Dafür muss er ja nicht weiter Astronomie studieren. Ja, vor allem, weil er ja im Schuljahr davor geprahlt hat von wegen, ja, ich bin jetzt bei Voldemort und den interessiert es nicht, was für ein Abschluss ich mache. Ich werde nicht mehr zurück nach Hogwarts gehen und so und jetzt ist er halt doch in Hogwarts, ne? Ja, ja, genau. Und dann denke ich mir so, was ist da der Sinn dabei? Ja, ich habe zwei Vermutungen. Also ich könnte mir vorstellen, Narzissa hat ihn, hat versucht, ihn da hinzuschicken, um ihn vor Gröberem zu bewahren, was in dem Mellvollmänner passiert. Es ist natürlich ein Schutz, ihn da rauszuholen, weil Voldemort ist ständig bei denen zu Hause. Da würde ich ihn auch so weit weg wie möglich karren. Genau, ja. Das ist das einfach das geringste Übel. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass es ja eine Schulpflicht gibt für Reinblütige und das wird dann Narzissa entgegenkommen, dass sie halt sagt, naja, mein Sohn ist reinblütig, also muss er auch zur Schule. Sollte irgendjemand was dagegen sagen, so. Aber tendenziell müsste er ja auf jeden Fall zurück. Irgendwie ist es aber auch nicht so ganz klar, weil er ist ja tatsächlich sehr häufig auch zu Hause, zum Beispiel bei dieser Situation, wo er Role foltern muss. Könnte natürlich auch sein, dass das noch Ferien sind. Aber tendenziell müsste er eigentlich in Hogwarts sein. Genau, würde dann halt für die Ferien nach Hause fahren. Aber ich finde es trotzdem merkwürdig, dass die anderen reinblütigen Kinder und Jugendlichen nach Hogwarts müssen, schließt sich mir in diesem Fall jetzt tatsächlich. Aber Draco ist ja auch der einzige Teenager-Todesser, sodass ich jetzt gedacht hätte, dass für den halt auch andere Regeln gelten und eher die Regeln der Todesser und Todesser, könnte ich mir vorstellen, gehe nicht nach Hogwarts. Weil das bedeuten würde, dass sie noch Schüler sind und dass sie mickrig klein sind und nicht zu bedeuten haben. Außer er hat noch eine Aufgabe, sowas wie, keine Ahnung, Bespitzeln von einzelnen Schülern, die vielleicht wichtige Eltern haben. Das Verräter-Dasein, weil, also irgendwas muss er. Ich glaube eher, dass Narzissa das so für sich genutzt hat, diese Schulpflicht und dagegen konnte dann keiner was sagen. Und letztendlich ist es Voldemort, ja auch egal, ob der jetzt da ist oder nicht, so wichtig ist er ja nicht. Und das ist dann einfach so durchgeflutscht. Und letztendlich vermisst Draco ja auch keiner, sollten die mal ein Todesser-Treffen machen und er ist nicht da. Weißt du, wie ich meine? Naja, das stimmt schon, aber naja, gut. Aber ich glaube schon, dass die Zeit in Hogwarts auch nicht so leicht für ihn ist, weil er sich ja wahrscheinlich schon sehr viele Gedanken darüber macht, was zu Hause gerade so vor sich geht. Wie seine Eltern behandelt werden, wie sein Vater vielleicht gerade von Voldemort genutzt oder bestraft wird. Weil Draco ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der ständig so erniedrigt und erpresst wird, wie bei dieser Situation mit dem Foltern, sondern das wird Lucius mit Sicherheit auch so gehen. Und ich glaube, das ist Draco bewusst und ich glaube, er macht sich wirklich viele Sorgen. Ja, das denke ich auch und ich glaube auch, dass er in Hogwarts ein Schatten seiner selbst ist. Ja, total. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch die ersten ein, zwei Wochen versucht hat, da irgendwie so einen Schein aufrecht zu erhalten, was aber wahrscheinlich relativ schwierig ist. Abgesehen davon sind die Kairos ja auch Todesser und ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch mitbekommen, dass die Familie Malfoy jetzt nicht mehr der hellste Stern am Voldemorts Firmament ist. Und ich glaube, die haben auch Besseres zu tun als Draco, da haben sie ja eigentlich nicht auf dem Kieke, aber ich könnte mir vorstellen, dass Draco da durchaus eine Art Druck fühlt, wenn er mit den Kairos da in Verbindung gebracht wird. Und ja, also ich glaube, es ist schwierig und auch Freunde, die er vorher hatte, ich denke, er wird nicht mehr so behandelt wie der Sunnyboy in den letzten sechs Jahren davor. Ich glaube nicht, dass er gemieden oder gemobbt oder so wird, aber ich glaube, er kapselt sich auch selber ab. Also ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass er da mit Pansy lachend über den Schulhof geht. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Ja, also es ist eher so zurückgezogen und ich denke, man sieht ihm auch an, dass es ihm schlecht geht, so mit seinem fahnen Gesicht. Er hat ja eh schon so ein blasses Gesicht, Augenringe, alles was dazu gehört. Ich denke, dass er auch rapide gealtert ist für einen Teenager. Ja, und abbaut einfach auch. Ja, genau, wenn er vielleicht so ausgemergelt ist und so, dass Leute ihn dann deshalb eh schon so ein bisschen meiden, weil die Stimmung in Hogwarts ist ja sowieso richtig scheiße zu dem Zeitpunkt. Ja. Allgemein, bei jedem, vermutlich. Das stimmt. Außer bei Crabbe und Goyle. Die sind am Höhepunkt ihres Lebens auf jeden Fall. Die lieben das. Wir sehen Draco dann erst wieder, als das Trio in Smurfall Manor gebracht wird, weil sie ja von den Greifern aufgegriffen werden. Und da hat er dann offenbar irgendwie Osterferien oder so. Und das kommt den Todesser natürlich sehr gelegen, dass Draco da ist, denn er soll Harry erkennen, obwohl sein Gesicht ja so aufgequollen ist durch Hermines Fluch. Denn die anderen Todesser sind sich gar nicht so sicher, ob es jetzt wirklich Potter ist oder nicht. Und sie trauen sich natürlich nicht, Voldemort herbeizuholen aus Angst, dass es dann doch nicht der Echte ist und sie natürlich dafür dann bestraft werden. Harrys Gesicht ist durch den Fluch so aufgequollen, glänzend und blutrot. Und er hat lange Haare und um seinen Kiefer hat er einen schwarzen Schatten. Also selbst Harry erkennt sich kaum wieder. Was meinst du denn? Ist es realistisch, dass Draco Harry hier erkennt oder meinst du, er ist sich wirklich so unsicher? Ich glaube, dass er ihn erkennt. Er ist ein Erzfeind und ich glaube schon, dass er, also ich glaube, wenn er sich nicht ganz sicher ist, würde er vielleicht zu Ja tendieren. Aber er ist einfach ein totaler Schisser und will auf keinen Fall was Falsches sagen. Also sagt er lieber nichts. Ganz ehrlich, Hermine ist dabei. Die hat null Tarnung. Natürlich muss das Harry sein. Er ist ja nicht dumm. Er weiß, das Trio ist zusammen unterwegs. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er das durchblickt hat. Und er ist schlau genug, um zu erkennen, dass Harry immer mit Ron und Hermine unterwegs ist und es auch einfach nur Harry sein kann. Aber er verrät Harry ja nicht. Er gibt zu, dass er es nicht so genau weiß. Und es wirkt so, als habe er Angst, Harry genau anzusehen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, er hat Angst, zu genau hinzugucken, um dann sich zu sicher sein, dass es Harry sein kann. Irgendeinen Detail zu erkennen, wo er sagen kann, okay, das muss Potter sein, so ist es glasklar. Ich glaube, er ist froh darin, sich in diesem Schleichweg so daraus zu winden und zu sagen, ich bin mir nicht sicher. Ja, weil man ja auch dazu sagen muss, Voldemort kann Gedanken lesen. Ja, ich denke auch, dass Dracos Oklomentik-Künste jetzt auch nicht stark genug wären, sich vor Voldemort gänzlich zu verstecken. Also das glaube ich nicht. Sodass, solange er sich nicht sicher ist und das auch nicht versucht, sich irgendwie seiner Sache sicher zu werden, kann er ja immer noch sagen, ich weiß es wirklich nicht. Obwohl er eine Tendenz hat. Deshalb ist er eigentlich schon ganz klug. Ja, die Tendenz hat ja jeder, sonst wären die ja auch nicht da gelandet, ne? Genau, eben. Deshalb und so rettet er sich wahrscheinlich so ein bisschen. Und letztlich will er vielleicht tatsächlich auch nicht nochmal, nicht schuld für irgendwas sein, ne? Ja, so diese Verantwortung zu haben auch. Ja, genau, weil wenn er jetzt sagen würde, ja, das ist Harry Potter, Voldemort kommen würde, Voldemort Harry töten würde, würde ja Draco zwangsläufig immer damit leben müssen, dass er Harry verraten hat. Und ich glaube, dafür ist er nicht der Typ. Warum sollte er auch, ne? Klar, das ist sein Erzfeind und die hatten immer ihre Kabeleien da zu Hogwarts-Schulzeiten. Aber dann waren es ja dann doch, wenn auch sehr harte Sachen und auch Mobbing und auch das ist nicht okay. Aber letztlich war das ja dann, das ist eine ganz andere Situation. Und wenn er dann quasi schuld wäre und sich ausmalen müsste, Harry Potter ist meinetwegen umgebracht worden. Im Zweifel auch noch Hermine und auch Ron, weil die dann halt da sind. Ich glaube, das Blut will er nicht an den Händen kleben haben und deshalb. Ja, das ist ja das Verrückte, weil er ja die ganzen Jahre davor immer gesagt hat, oh, ich hoffe, Granger wird vom Basilisken getötet, oh, ich hoffe, die sterben, oh, ich hoffe, bla. Und jetzt hat er es aber mal erlebt, jetzt war er quasi verantwortlich, in Anführungszeichen, für den Tod von Dumbledore. Und muss jetzt ja auch mit der Schuld leben. Jetzt ist ihm erst bewusst geworden. Wir haben ja einmal gesagt, die ganzen Jahre davor, er checkt gar nicht die Konsequenzen von dem, was er da vor sich hinlabert. Jetzt hat er die Konsequenzen gecheckt, was das bedeutet und jetzt hat er Schiss davor. Und das ist ja ein bisschen verrückt, weil Lucius, er hofft sich ja total, dass es Potter ist, weil er vermutet, dass Voldemort ihnen dann alles verzeiht, wenn sie es sind, die ihm Potter aushändigen. Aber Draco ist nicht aufgeregt, so, huhuhu, ich freue mich, sondern der hat richtig Angst. Und das ist so voll der Gegensatz bei denen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, Lucius ist ja, er versucht ja auch die ganze Zeit, Draco irgendwie zu überreden und versucht ihn so, guck doch nochmal genauer hin. Ja, genau. Ist schon fast euphorisch, was ich ganz merkwürdig finde in dieser Situation, weil Lucius ja überhaupt nicht weiß, wie Voldemort reagiert. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass Voldemort, dass er die nicht in den Himmel lobt, weil das ist ja am Ende auch deren Auftrag, findet Harry Potter, bringt den Leben zu mir. Das finde ich dann schon crazy und für Draco ist es, glaube ich, auch nochmal eine schwierige Situation, weil der Fokus ja so auf ihm liegt. Unter anderem sind ja auch noch Leute anwesend wie Greyback. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Draco im Familienverbund, sogar inklusive Bellatrix, sich anders, also wohlfühlen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sich anders bewegen würde und auch vielleicht das anders kommunizieren würde, wenn nicht Leute wie Greyback oder Scabia oder so, die noch dabei sind, auch da wären. Gerade Greyback versucht er auch die ganze Zeit zu meiden, was ich auch vollkommen verstehen kann, was ich aber auch interessant finde, weil im Buch davor, also im Schuljahr davor, er mit Greyback ja droht, er droht in Bergen & Berks da dem Verkäufer. Ich weiß nie, wer von beiden das ist. Ach, keine Ahnung mehr, ja. Auf jeden Fall der Typ, der da Sachen verkauft. Der anwesend ist. Und da droht er ja noch mit Greyback und wenn Greyback aber in der Nähe ist, ist Draco so klein mit Hut, also er weiß dann schon, wo da die Rangordnung ist und dass Greyback durchaus gefährlich ist. Draco ist ja einfach eine wandelnde Angsthose. Ja. Das sagt man jetzt auch nicht, aber er ist ein Angsthase, er ist ein Schisser. Natürlich hat er natürlich auch Angst vor diesem Fehlalarm, vor der Strafe, die ihm blüht, wenn er sagt, es ist Potter, aber er ist es gar nicht. Ja. Es ist wahrscheinlich auch die Angst, dass Voldemort einfach wieder auftauchen könnte, weil es ist ja gerade zu einem Zeitpunkt, Voldemort ist unterwegs auf der Suche nach dem Elderstab, der ist ja gerade gar nicht irgendwo in der Nähe, das heißt, es ist gerade mal so ein bisschen Ruhe im Haus eingekehrt. Er hat wahrscheinlich Angst, ihn zurückzuholen, weil es dann wieder schlimmer wird im Haus. Er hat natürlich aber auch Angst, das Falsche zu tun und Harry auszuliefern und somit ja auch irgendwie die letzte Hoffnung zu zerstören, dass Voldemort aufgehalten werden kann. Also ich glaube, es ist so alles miteinander vermischt. Ihm ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal bewusst, was sein Handeln für Konsequenzen hat und das ist ganz Besonderes in seinem Leben. Das hatte er vorher noch nie. Nee. Aber es ist auch keine besonders schöne Situation. Es ist nur sehr besonders. Aber er ist halt auch nicht stark genug, um zu lügen. Also er kann ja auch nicht sagen, nee, ist nicht Harry, sondern er sagt halt einfach nichts und zieht sich halt so zurück. Ja, aber wenn er lügt, dann kann er ja auch enttarnt werden und das ist ja auch dumm. Er könnte ja zumindest sagen, ja, das ist Hermine Granger und das ist Harrys beste Freundin, die ist auf jeden Fall immer mit ihm zusammen. Das sagt er auch nicht. Also sogar Narcissa erkennt Hermine aus Madame Malkin vom Vorjahr wieder. Ja, und Lucius bestätigt das ja auch. Genau, und auch, sie erkennen ja auch Ron. Ja. Also er kennt ihn als Archer-Söhn wieder und das ist dann eigentlich klar und Draco selbst bestätigt das ja aber nicht. Er sagt ja nicht, stimmt, das sind die besten Freunde und die sind immer zusammen. Ja, genau. Und das hätte er ja sagen können, tut er aber auch nicht. Ja. Und das ist irgendwie, also er zieht sich da echt aus der Verantwortung so komplett zurück, was aber ja auch gefährlich sein kann, weil dafür könnte Voldemort ihn ja auch in die Verantwortung ziehen, ne? Gut, aber in dem Moment ist Voldemort ja noch nicht da. Ja, genau. Und auch nicht greifbar, so geht er jetzt den Weg des geringsten Widerstandes. So ist es. Und ich glaube auch, dass es, naja, er hat halt schon auch immer davon geredet, wie es wäre, Hermine zu töten oder auch zu foltern und Schlammblüter sind alle Kacke und die gehören ermordet nach Azkaban, wie auch immer. Aber ich glaube, in der Situation, in der er jetzt gerade steckt und ihm so einiges klar wird und auch diese ganzen Konsequenzen, die wir ja schon besprochen haben, ich glaube, er würde auch das für Hermine nicht wollen. Nee. Also, weil er nicht der Typ dafür ist. Er ist nicht so blutrünstig wie seine Tante und er ist auch nicht so opportunistisch wie sein Vater. Er ist einfach nur ein kleines, unreifes Kind, das einfach… Ja, er könnte das nicht auf dem Gewissen haben. Er könnte selbst mit dem Wissen nicht leben. Es ist eigentlich wieder so ein Ding mit sich selbst, das ist Egoismus pur, weil er quasi damit nicht leben könnte, dass die anderen jetzt tot wären oder gefoltert werden oder sowas. Das ist vielleicht weniger schlimm, aber es geht dann wieder um ihn selbst, dass er mit dieser Schuld nicht leben könnte. Ja, genau. Ja, schließlich werden ja alle in den Kerker geworfen sozusagen, außer Hermine, weil Bellatrix hat ja noch einige Fragen. Ja, da denke ich mir auch schon, das ist für Draco wahrscheinlich auch schwierig, das mit anzuschauen. Aber wahrscheinlich ist er einfach froh, dass er nicht im Mittelpunkt steht. Er jetzt quasi diese Befragung hinter sich hat und es ist, auch wenn das natürlich eine sehr schlimme Situation ist, weil Hermine da gefoltert wird, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass der mal durchatmet, der junge Mann. Ja, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob er das mitbekommt, weil... Ist er nicht oben? Nee, Bellatrix schockt ja so ein paar Greifer und dann befiehlt sie Draco, diesen sogenannten Abschaum, wie sie das nennt, nach draußen zu bringen. Ach ja, stimmt, ja, genau. Weil sie ja wahrscheinlich schon die Vermutung auch hat, dass Draco nicht den Mumm hat, die Greifer zu töten. Also sagt ihm dann so von wegen, ja lass die für mich übrig, ich kümmere mich später drum, aber bring sie hier raus. Das heißt, Draco verlässt die Situation, es wird nicht gesagt, wann er wiederkommt. Narcissa will zwar nicht, dass ihre Schwester so mit Draco spricht, so als wäre er so ein Dienstbote oder so. Das ist natürlich Bellatrix egal. Aber ich habe halt so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch vielleicht froh ist, dass er dann die folgende Situation halt nicht mehr so mitbekommt. Also wenn er Glück hat, erlebt er das halt gar nicht, wie Hermine von Bellatrix versattet wird. Weil wenn er schlau ist, wartet er auch draußen. Dann hat er vielleicht die Schreie gehört und denkt sich so, na, tue ich mir nicht an. Ich bleibe erst mal hier im Flur stehen. Aber das kommt ja dann im Prinzip aufs Gleiche raus, weil er ja dann trotzdem kurz durchatmen kann. Er kann sich, also im Prinzip ist das sogar noch besser für ihn. Er kann sich der Situation entziehen, sich da um irgendwelche komischen, geschockten Greifer da Gedanken zu machen. Das ist wahrscheinlich eigentlich dann vielleicht auch für seinen, also der muss ja die ganze Zeit unter Spannung stehen, der Kerl. Sodass er dann vielleicht einfach auch was zu tun hat. Weil ich glaube, es ist so schlimm, wenn etwas von dir erwartet wird. Du hast nichts, was du tun kannst. Weil diese Befragung, die er da, also dieses Feststellen, ob es Harry ist oder nicht, das war ja nur verbal. Jetzt hat er ja was zu tun. Und wenn er es nur mit dem Zauberstab macht, ich denke nicht, dass er die da so rausschleift. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass er das magisch macht. Ja, ist eine dankbare Aufgabe auf jeden Fall. Ja genau, ich gehe nämlich davon aus, dass er magisch dazu, dass er dazu fähig ist, das zu tun. Ja, aber wie lustig wäre das bitte, wenn er dann da Greyback so an einem Bein versucht zu ziehen. Der wiegt bestimmt 120 Kilo, so ein Greyback. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das für ihn wahrscheinlich tatsächlich ein Moment, wo er einmal kurz versuchen kann, einen klaren Kopf zu bekommen. Was aber wahrscheinlich, also sobald er wieder in diesem Raum ist, prasselt es ja wieder auf ihn ein. Ja, und dann bekommt er ja auch direkt den nächsten Laufburschenauftrag quasi, weil er soll jetzt Griphook aus dem Gefangenenverlies da holen, damit dieser eben bestätigen kann, ob es sich halt bei dem Schwert um eine Fälschung handelt, wie Hermine das behauptet. Draco hasstet dann also die Treppen runter, seine Stimme zittert auch, als er den Gefangenen befiehlt, dass sie sich in eine Reihe stellen sollen und wenn sie krumme Dinger machen würden, dann würde er sie umbringen. Ja, das will er ja auch mal sehen, du. Ja, das habe ich mir auch gedacht, er droht mit Mord, aber ganz ehrlich, was würde denn sein, wenn sich jemand widersetzt? Aber er hat, also ich kann ihn in dem Moment verstehen, das wäre so, das ist ja so dieser erste Impuls, den du hast, so ich drohe jetzt mit dem Schlimmsten, was es gibt, das ist der Tod. Aber das wird ja wohl jeder in dem Verlies wissen, dass das nichts werden würde. Ja, aber die sind ja auch definitiv in der untergeordneten Rolle da, die Gefangenen, also groß eine Wahl haben die ja auch gar nicht, als da zu gehorchen. Sag ich mal. Total. Naja, er packt dann ja den kleinen Kobold auch direkt am Arm und geht rückwärts wieder raus. Ich könnte mir vorstellen, dass er ja da nicht sehr sanft ist, weil der Griphook ja auch dann hinter sich her schleift. Bisschen unwürdig, aber naja, das müssen wir jetzt nicht nochmal ausführen. Später, als Dobby erscheint und mit einem Teil der Gefangenen unten aus dem Verlies wegdisappariert, da hören die Malfoys unten diese Knallgeräusche. Aber diesmal will Lucius nicht, dass Draco runtergeht. Offenbar befürchtet er schon, dass dort vielleicht eine Gefahr lauern könnte und deswegen schickt er diesmal Wurmschwanz. Und als Ron und Harry diesen ja dann überwältigen können und nach oben stürmen, um Hermine zu befreien, da bricht natürlich dann ein Kampf aus. Das ist natürlich klar. Bellatrix zwingt sie ja, die Zauberstäbe fallen zu lassen und Draco hebt sie dann auf. Doch Harry kann sie sich wiederholen und ergattert sogar dann auch Dracos Zauberstab, sodass nun zwei aus der Familie der Malfoys keine Zauberstäbe mehr haben. Lucius' Zauberstab ist ja schon lange weg, dem musste er in Voldemort abtreten und jetzt ist Draco eben auch Zauberstab los. Und Narcissa zieht Draco dann nur weg, damit er einfach nicht weiter zu Schaden kommt, rettet ihn quasi aus diesem Kampf. Und es muss für ihn natürlich mehr als überraschend sein, dass ausgerechnet Dobby erscheint, um Harry zu retten. Ausgerechnet der Elf, den er jahrelang in seiner Kindheit herumkommandiert hat und ja auch irgendwie erniedrigt hat und so. Und jetzt hat sich ja, wie gesagt, das Blatt gewendet und Dobby widersetzt sich den Malfoys. Und dann kann das Trio ja auch mit den anderen Gefangenen entkommen und Voldemort ist tatsächlich bereits auf dem Weg zu den Malfoys, was natürlich für Draco und seine Familie eine Katastrophe ist. Voldemorts Wut ist natürlich erbarmungslos und er bestraft alle, die das Trio haben entkommen lassen. Es ist uns nicht bekannt, was er Draco und seiner Familie genau antut, aber er lässt sie offenbar am Leben. Sie dürfen das Haus allerdings vorerst nicht mehr verlassen und ich vermute, dass noch ein oder andere Foltermethoden dazu kamen, weil das wird nicht alles gewesen sein. Ja, das denke ich auch. Ich denke, es ist schmerzhaft geworden. Aber das ist natürlich trotzdem sehr ungünstig, weil Draco ja keinen Zauberstab mehr hat und Ollivander ist ja jetzt auch weg. Der hätte ihm vielleicht einen neuen machen können, also so erzwungen quasi, aber es geht alles nicht mehr. Ja, und spätestens jetzt ist Dracos Schuljahr dann wohl auch beendet. Es sei denn, er darf trotzdem der Schulpflicht nachgehen und in Schollers zurück, aber ich vermute nicht. Ich vermute wirklich, dass er jetzt ein Gefangener im eigenen Haus ist. Denke ich auch. Was anderes, eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Außerdem, was würde er in Hogwarts tun sollen? Ne, und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass später bei der Schlacht, da ist er zwar dabei, aber er ist ja nicht bei Pansy und den anderen Slytherins in der Halle, als da diskutiert wird, sondern er taucht dann ja einfach später mit seinen beiden Kumpels Grab und Goyle wieder auf. Es ist nicht bekannt, dass er da jetzt quasi im Schloss wieder hausiert, sondern ich denke schon, dass er einfach dann zu Hause vergammeln musste. Denke ich auch. Ja, so ist Draco jetzt natürlich auf der Suche nach Harry. Er möchte seinen Zauberstab zurück und er trifft dann ja tatsächlich auch auf Harry. Der ist nämlich auf der Suche, der sucht auch was, nach dem Diadem von Ravenclaw. Und Draco hat aus irgendeinem Grund sind ja auch Grab und Goyle wieder an seiner Seite. Ich weiß nicht, wo der die aufgegabelt hat, weil ich denke, dass die tatsächlich bis zum Schluss im Schloss gewesen sind und zur Schule gegangen sind. Also die wurden ja quasi evakuiert dann, weil wir können es uns nicht vertrauen. Und man weiß, dass die sich halt wieder zurückgeschlichen haben. Ja, genau. Aber warum sie jetzt mit Draco sind, weiß ich nicht. Ja, meine Vermutung ist, ich glaube nicht, dass die beiden schlau genug waren, dazu raus zu huschen und zu entkommen, sondern Draco hat sie geholt. Draco hat mitbekommen, oh, die sind irgendwie evakuiert worden in die Kerker oder was weiß ich, wo die sich versteckt haben. Und dann hat er gedacht, okay, die hole ich mir. Ich glaube, so war es. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil, naja, gut. Draco sieht Harry dann ja auch, der ist nur diesen Raum der Wünsche und Harry ist nur drei Meter weg von dem Diadem. Und Draco versucht dann noch, Harry verbal aufzuhalten. Also geht ja auch nicht anders, er hat ja keinen Zauberstab, weil ich glaube, hätte er einen Zauberstab gehabt, hätte er ihn geschockt oder so. Er hat den von seiner Mutter. Ach stimmt, er hat den von seiner Mutter. Genau, warum er es dann nicht direkt macht, weiß ich nicht. Er macht erst mal Halt, Stopp, Potter oder so, sagt er. Ja, aber weißt du was? Ich glaube, dass der Zauberstab ihm ja auch nicht ganz gehorcht, weil er wird nicht seine Mutter duelliert haben, sondern seine Mutter hat gesagt, nee, Sohnemann, nimm, dann bist du wenigstens sicher. Ja, das heißt halt, wahrscheinlich ist das nicht so eine sichere Sache, was er da mit dem Zauberstab fabriziert. Ja, auf jeden Fall erkennt Draco dann ja sofort, dass Harry seinen Zauberstab in der Hand hat. Und Harry fragt natürlich, warum sie nicht bei Voldemort sind, sondern sich halt im Schloss aufhalten. Und wir hatten ja dann schon auch in Crabbe und Golds Folge gesagt, Crabbe ist ja total in Redelaune und erklärt, dass sie geblieben sind, um Harry an Voldemort persönlich auszuliefern. Das ist richtig toll, dass Crabbe da alles auspackt. Und wir hatten ja auch in der Folge schon erklärt, dass gerade Crabbe ein erhöhtes Aggressionspotenzial zeigt. Also der ist da ganz klar auf Krawall gebürstet, um das mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und Harry wundert sich natürlich auch, warum die im Raum der Wünsche ist, wie die da überhaupt reingekommen sind. Und Draco erklärt da ganz klar, und das ist auch total plausibel, dass Draco quasi im vergangenen Jahr da in dem Raum der Wünsche gewohnt hat und deshalb auch weiß, wie der funktioniert und was man da machen muss, um dahin zu kommen, wo man hin will. Was ich übrigens lustig finde, ist, dass Draco Raum der verborgenen Dinge sagt. Ich meine, klar, es ist ja kein offizieller Raum, so wie so ein Klassenzimmer. Und der ist ja auch irgendwie nicht allen bekannt, deswegen hat natürlich auch irgendwie jeder so seinen eigenen Namen. Finde ich aber cool. Was findest du besser, Raum der Wünsche oder Raum der verborgenen Dinge? Ich, also im Prinzip macht das ja beides total Sinn, weil für Harry war es ja häufig der Raum der Wünsche, weil sie sich gewünscht haben, was sie brauchen und der Raum sich angepasst hat. Und für Draco war es ja eigentlich auch der Raum der verborgenen Dinge, weil da war ja das Schwindekabinett drin und quasi dieser ganze Krempel da. Ich glaube, Draco kennt nur diesen Raum, wo die gerade sind. Das ist nämlich der Raum der verborgenen Dinge, da wo halt das ganze Grümpelzeug steht. Den hat Harry ja auch einmal sich her gewünscht, weil er ja das Buch verstecken wollte vom Halbblutprinzen. Und Draco hat sich das halt immer gewünscht und ich glaube, Draco weiß gar nicht, dass er sich quasi alles wünschen kann. Ja, denke ich auch. Das ist, finde ich, voll krass. Weil der auch nicht offen genug dafür ist, glaube ich. Ja, der weiß das auch nicht. Warum sollte er das auch ausprobieren, wenn er nur diesen Raum braucht? Da frage ich mich allerdings, wie er darauf kam, zu wissen, dass das der Ort ist, nach dem er suchen muss, um zum Verschwindekabinett zu kommen. Vielleicht über Montagü oder so, der ja eingesperrt war. Keine Ahnung, aber das finde ich schon irgendwie verrückt. Raum der verborgenen Dinge. Spannend. Aber es ist eigentlich ganz cool, weil es ja wirklich für beide Sinn macht. Ja, ich finde es wirklich cool. So wie Harry ihn nennt und so wie Draco ihn nennt und das gefällt mir eigentlich ganz gut tatsächlich. Ich finde es auch voll gut, dass die nicht die gleichen Wörter dafür haben, sondern dass das halt eben jeder anders. Das macht ja auch Sinn, weil es ja kein offizieller Raum ist. Ich finde das total clever von J.K. Ja, da hat sie nochmal so ein Mini-Detail, macht aber das total cool. Ich liebe es. Das hat sie sich gut überlegt. Ja. Zu Recht ist sie Schriftstellerin eines Bestsellers. Ja, wir loben es nochmal. Ja. Ja, Draco hält Crabbe ja erstmal davon ab, sowohl den Raum zu zerstören, als auch Harry ernsthaft anzugreifen, weil er begreift ja natürlich anders als die anderen beiden, dass dieses Diadem von Bedeutung sein muss, wenn Harry es sucht und sie dürfen Harry ja eigentlich auch nicht verletzen, sondern sie sollen ja, wenn dann, Harry lebend ausliefern. Doch Crabbe hat überhaupt gar keine Lust mehr, Befehle von Draco entgegenzunehmen. Er blufft ihn an und tatsächlich feuert Crabbe dann einen Kruzio auf Harry. Doch Draco stoppt ihn abermals und das finde ich krass, dass er auch, ich meine, Kruzio wäre ja nur foltern, dabei würde er nicht sterben, also das hätte er auch einfach zulassen können. Aber er stoppt ihn, erstmal so ein bisschen fadenscheinig. Genau. Das checkt ja auch Crabbe und obwohl die beiden sich dann streiten, zieht Draco Crabbe dann zur Seite, als Hermine einen Schockzauber auf ihn feuert. Also er rettet dann auch seinen eigenen Freund. Ja. Also ich finde es irgendwie gut, dass Crabbe, der trotz aller Diskrepanzen und dieser ganzen Fede, die die ja gerade haben, nichtsdestotrotz ja irgendwie sein Freund ist und für Draco ja auch beschützenswert. Ich meine, klar, sonst wären sie ja auch in der Unterzahl, wenn Crabbe jetzt schon ausgenockt wäre. Ja, das stimmt wohl. Und dann geht dieser Kampf ja erst richtig los und als Crabbe dann zur Seite springt, um einem weiteren Schockzauber auszuweichen, da schlägt er Dracos Zauberstab aus der Hand und dieser kullert dann unter einen Berg von Zeug und ist nicht mehr zu sehen. Also jetzt hat also einfach niemand aus der Familie Melformer einen Zauberstab, aber Draco scheint sich gar nicht darum zu kümmern, er schreit nur immer wieder, dass Crabbe und Goyle Harry nicht töten sollen. Also der hat so Panik, dass die Harry irgendwas antun können. Ja, weil er ja weiß, wie Voldemort ist. Crabbe und Goyle haben ja keine Vorstellungen, die romantisieren das wahrscheinlich auch noch total. Natürlich hat Draco hier jetzt auch wieder die Verantwortung, weil er ist der Todesser, Crabbe und Goyle sind einfach nur irgendwelche Handlanger. Ja, er hat eigentlich gerade in Voldemorts Augen halt die Verantwortung darüber, was da passiert. Also er weiß natürlich, er wird dann wieder am meisten bestraft. Ja, genau. Ja, und Draco selbst bleibt nichts anderes übrig, als den Angriffen des Trios irgendwie auszuweichen. Tanz du, Ballett, Potter, fällt mir da nur an, weil er kann ja mit Magie nichts mehr anrichten und sich auch nicht wehren. Und er kauert sich dann hinter einen Kleiderschrank, um aus dem Schussfeuer zu kommen. Ja, und dann kommt es zu dem Unglück, dass Crabbe das Dämonenfeuer entzündet. Und das gerät ja komplett außer Kontrolle. Genau, Draco kann ja noch so gerade eben den geschockten Goyle mit sich zehren, wobei ich auch denke, wie zehrt er den so mit, wenn er so geschockt ist? Das ist schon, weil Goyle ist ja wirklich auch groß und schwer, aber okay, vielleicht Adrenalin ist vielleicht möglich. Es erscheint ja auch so, als wären die Flammen richtig lebendig und sie nehmen ja verschiedene Formen an und sind so sehr einnehmend und natürlich auch unzerstörbar. Aquamenti funktioniert einfach überhaupt nicht, das versucht Harry ja. Alle versuchen dann ja zur Tür zu rennen, wo ich auch dachte, die haben bestimmt alle einen guten Orientierungssinn, dass die in dieser Situation alle sofort wissen, wo sie hinrennen müssen. Ich glaube, ich wäre ein bisschen überfordert. Harry ist ja dann so geistesgegenwärtig und schnappt sich so ein paar Besenstiele, die da so auf dem Müllhaufen liegen und wirft einen zu Ron und fliegt herum und sucht auch nach Malfoy. Also Harry kann das jetzt auch nicht so stehen lassen und Ron sagt dann ja auch noch sowas wie, ja, wenn wir jetzt seinetwegen sterben, bla bla, aber ich finde schon gut, dass Harry da auch irgendwie ein Herz hat. Ja, es ist ja auch krass, weil ich glaube, Draco und Crab, beziehungsweise Goyle, also Crab ist ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann schon von den Flammen irgendwie verstunken, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, Draco ist ja mit Goyle noch unterwegs, die haben sich ja auf diesen wackeligen Turm von Pulten gerettet. Die wissen ja eigentlich, dass sie dem Tod geweiht sind. Die sehen ja keinen Ausweg mehr, die haben sich da jetzt auf so einen Turm gerettet, aber da ist ja kein Entkommen. Also die sind eigentlich völlig verloren und es ist mir sowieso ein Rätsel, wie Draco das mit Goyle im Arm noch geschafft hat, da hochzuklettern. Ja, eben, ich finde es auch sehr auffällig, ja. Aber im Grunde blicken die, glaube ich, also der ist ja auch nicht bei Bewusstsein, aber ich glaube, Draco blickt gerade eigentlich seinem eigenen Tod entgegen und das ist natürlich dann schon krass, dass Harry da Draco auch noch rettet. Das ist schon sehr beachtlich. Ja, und das bringt eben auch Ron Termine dazu, Goyle zu retten, die können ihn dann ja dann irgendwie abschleppen und können aus dem Raum fliehen und krachen dann gegen eine dahinterliegende Mauer des Korridors. Malfoy fliegt dann noch vom Besen und liegt mit dem Gesicht nach unten da, keuchend, hustend und würgend und das ist wahrscheinlich wegen der Rauchentwicklung auch, wahrscheinlich haben die alle eine leichte bis mittelschwere Rauchvergiftung, aber ich musste kurz, also als ich es gelesen habe, musste ich kurz lachen, weil ich dachte, so lag mit dem Gesicht nach unten da. Aber ich finde, es ist einfach eine total unwürdige Position. Draco hat sich verändert. Er ist nicht mehr der Draco, der er immer vorgegeben hat zu sein, auf jeden Fall sehr entwürdigend. Genau, es ist so eine unwürdige Position und in diesem literarischen Komplex finde ich es einfach gut, weil ich finde, dass er genau da zu diesem Zeitpunkt hingehört und da nicht irgendwie als Held oder in einer sehr angenehmen Position da. Einfach vom Besen absteigt, als hätte er nie was anderes getan, sondern dass das wirklich auch als Sinnbild da steht. Er liegt mit dem Gesicht nach unten da, hat keine Luft mehr, wirkt, das ist dann schon zu Recht. Und er ist natürlich Harry auch komplett ausgeliefert, er hat keinen Zauberstab, er war auf Harrys Hilfe angewiesen, er hat sich ja auch an ihn geklammert da auf dem Besen, in völliger Panik und es tut ja Harry sogar weh, so fest hält Draco sich da an seinem Rücken. Ja, das merkt man einfach schon wirklich, dass Draco jetzt hier wirklich ganz unten angekommen ist und ich finde, das zeigt nochmal ganz deutlich, was für ein Angsthase Draco eigentlich ist. Also immer diese große Klappe, aber es ist einfach nichts dahinter und es wäre jetzt auch eigentlich die perfekte Gelegenheit, um darüber nachzudenken, welche Entscheidungen Draco getroffen hat, die zu seiner mistlichen Lage geführt haben, in der er gerade steckt. Und es wäre jetzt an der Zeit, sein Leben umzukrempeln. Es ist höchste Zeit, auf die richtige Seite zu kommen, um diesem Schrecken und diesem Trauma zu entkommen. Aber dazu ist Draco natürlich jetzt auch nicht in der Lage. Man darf auch nicht vergessen, er hat ja gerade eigentlich mehr oder weniger einen Freund verloren, weil er ist sich ja sicher, dass Crab gestorben ist. Das ist natürlich auch schlimm, aber ja, der Kampf tobt ja um sie herum weiter und Goyle und Malfoy suchen dann das Weite erstmal. Sie haben auch beide keine Zauberstäbe mehr. Ja. Sie können in diesem Kampf auch nicht viel ausrichten. Also meiner Meinung nach wäre es klug, sich zu verstecken und irgendwo zu warten, bis das Gröbste rum ist, weil wenn die jetzt durch die Korridore gehen, sie sind, einer ist ein Slytherin, der andere ist ein Todesser. Gerade die Ordensleute erkennen auch Draco und wissen ja, dass er Dreck am Stecken hat quasi. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich der Plan, dass die sich verstecken. Genau, also es macht ja auch Sinn. Alles andere wäre Quatsch. Eben. Wir wissen ja aber auch, dass zeitgleich Lucius und Narcissa Draco suchen. Ja, genau. Deswegen wird er nicht so leicht zu finden sein, nehme ich an. Ja. Also er kriegt ja dann auch irgendwie von dem, ich weiß nicht, von dem Hauptteil ja auch eigentlich nicht so richtig was mit oder weil er ist nicht im Wald. Nee, nee, er ist irgendwo versteckt auf jeden Fall. Genau. Wir später sehen, wie ihn noch einmal da schleimt, der irgendwie wieder ordentlich bei den Todessern rum. Das ist auch die Situation von unserem Anfangszitat. Also er hat offenbar nichts gelernt bei dem Dilemma im Raum der Wünsche, weil er versucht, dem Todesser zu verklickern, dass er ja auf deren Seite quasi ist, auf Voldemars Seite, damit er eben verschont bleibt. Genau. Wahrscheinlich ist das so eine Situation, wo der Todesser ihn angreifen will, beziehungsweise nicht weiß, wo stehst du gerade, dass er ist wehrlos. Und Harry ist ja unterm Tarnumhang und schockt dann den Todesser. Murphy ist natürlich sehr dankbar für die Rettung, klar, weil er passt sich ja immer dem leichteren Weg an. Ihm ist natürlich bewusst, das muss jemand sein, der gegen die Todesser ist. Und ist dann direkt wieder so, haja, hier, ich bin ja bei euch, so nach dem Motto. Also er nimmt immer den leichten Weg statt den richtigen. Und Ron ist natürlich verständlicherweise so wütend, dass er Malfoy unter dem Tarnumhang einen Faustschlag versetzt, bei dem Malfoy verdutzt mit blutendem Mund auf den Boden fällt. Und ich muss ehrlich sagen, Muggelmethode, ahoy, das hat der Junge verdient. Das funktioniert auch sehr gut, so eine Muggelmethode. Ja, und ich, man muss auch echt sagen, also Ron ist zu Recht sauer, weil Malfoy hat sich nach wie vor nicht entschieden, auf welcher Seite er ist. Also wie sein Vater wählt er halt den Weg des geringsten Widerstands. Also wenn die Todesser im Vormarsch sind, dann ist er ein Todesser. Wenn die gute Seite gewinnt, dann ist er auf der guten Seite. Also irgendwie, ich finde, man muss sich auch mal entscheiden. Und eigentlich wäre die Entscheidung leicht, weil was für ein Leben führt er gerade auf dieser dunklen Seite? Er muss eigentlich die Seiten wechseln und er hat es immer noch nicht gerafft. Das finde ich ganz schlimm. Auch bis zum Schluss ja nicht. Also das ist ja jetzt quasi der Schluss und da ist nichts passiert bis zu diesem Zeitpunkt. Und er kann ja anscheinend aus vergangenen Situationen auch keine Rückschlüsse ziehen. Er hat sich dahingehend auch nicht weiterentwickelt. Leider nicht. Ja, wie du schon gesagt hast, er ist nicht im Wald bei seinen Eltern. Vielleicht traut er sich nicht dahin aus Angst vor Voldemort. Wir wissen es nicht. Ja, ich würde da jetzt auch nicht hingehen, wenn nicht er wäre. Also das will ja auch keiner sehen, was da passiert. Ihn vermisst ja auch theoretisch keiner, außer Narcissa. Ja, genau. Voldemort vermisst ihn ja nicht. Und das ist natürlich auch irgendwo Harrys Glück, dass Draco nicht da ist. Weil dadurch, dass Voldemort Narcissa zu ihm schickt, um zu überprüfen, ob Harry noch lebt, verschont sie ihn ja, weil sie wissen will, wie es ihrem Sohn geht und ob er noch lebt. Und wenn Harry sagen kann, dass er noch lebt, verschont sie sein Leben und behauptet Voldemort gegenüber, dass er tot ist. Das ist ja eine essentielle Szene im Geschehen, sage ich mal. Ja. Danke, dass Draco so ein Angsthase ist und sich nicht in den Wald getraut hat, kann man dazu noch sagen. Weil wenn Draco da gewesen wäre, wäre es Narcissa natürlich auch Wuppe gewesen, was mit Harry ist. Ja, genau. Dann hätte das Ganze ein ganz anderes Zeichen genommen eventuell. Das ist auch ein ganz anderes Buch. Ja, das stimmt. Der Lucius und Narcissa kümmern sich dann später ja auch eigentlich gar nicht mehr um den Kampf, der um sie tobt, sondern sie suchen einfach nur nach ihrem Sohn. Und das ist ja, wie gesagt, einfach eine sehr große Liebe, die sie da in ihrer Familie haben. Auch wenn viel schiefgelaufen ist, sowohl in der Erziehung als auch sonst im Leben der Malfoys. Aber diese Liebe, die bleibt. Und sie finden sich ja auch am Ende wieder. Ja, genau. Weil direkt nach der Schlacht von Hogwarts finden sie sich ja dann auch gesammelt als Familie in der großen Halle ein. Es wirkt auch so, als würden sie sich extrem unwohl fühlen. Sie wissen nicht, ob sie erwünscht sind oder nicht. Aber Harry hat so den Eindruck, keiner achtet auf sie. Also theoretisch könnten sie da sein oder auch nicht. Warum sollte man auch auf sie achten? Die Malfoys sind ja auch auf der guten Seite nicht angesehen. Ja, und sie können ja auch nichts ausrichten. Sie haben alle drei keinen Zauberstab. Ja, also ich glaube, hätten sie da Zauberstäbe, wäre das nicht so gewesen. Aber dadurch ist es so. Dann fühlt man sich nochmal anders unwohl als Zauberer. Aber es kommt ja auch dazu, dass sie sich ja nach wie vor nicht entschieden haben. Also sich jetzt zur guten Seite zu bekennen, ist ein bisschen spät, nachdem Voldemort tot ist. Weißt du, dann spielen die auch keine Rolle mehr. Also Zauberstab hin oder her. Was haben die jetzt noch für eine Aufgabe? Das ist einfach nur eine Familie, die da lebt. Und mehr ist das auch nicht. Sie haben einfach verkackt. Sie haben auf der guten und auf der schlechten Seite verkackt. Und ich finde, das besiegelt ihr Schicksal hier dann doch ganz treffend. Also sie gehören einfach wirklich nirgendwohin. Sie sind keine richtigen Todesser, Voldemort sowieso besiegt. Aber sie sind eben auch nicht Teil der guten Seite. Sie haben nicht für die gute Seite gekämpft. Es ist nicht ihr Sieg. Also sie sind einfach zu verdorben für die gute Seite. Sie sind jetzt aber auch nicht ausschlaggebend in diesem Kampf gewesen für die schlechte Seite. Die hatten alle, wie gesagt, keinen Zauberstab. Sie konnten nicht kämpfen. Sie haben nichts angerichtet. Sie sind einfach nur darum gestreunt wie verlorene Hühner, alle drei. Weil sie sind einfach nichts mehr wert. Sie haben alles verloren und keiner interessiert sich mehr für sie. Also sie haben sich selbst verbockt. Und das, was ihnen immer so wichtig war, Ansehen, Ruhm, Geld, Reichtum, das ist alles verloren. Es ist alles nichts mehr wert, weil kein Arsch interessiert sich mehr für die Malfoys. Ja, nur weil sie sich nicht entscheiden konnten, alle drei. Es lag ja nicht nur eine Entscheidung bei Draco, sondern es hätten sich auch alle drei entscheiden können. Aber haben sie nicht. Durch ihre komische Art und Weise haben sie, dadurch, dass sie keine Farbe bekannt haben, einfach auch alles verloren. Nachhaltig. Ja, der einzige Grund, warum sie ja überhaupt da sitzen dürfen, warum sie nicht direkt nach Azkaban gekarrt werden, ist halt, weil Narcissa gelogen hat. Ja, das stimmt. Und Voldemort verraten hat dadurch, um Harry zu retten und um ihm natürlich auch zum Sieg zu verhelfen. Und das ist Narcissas Verdienst. Damit haben weder Draco noch Lucius irgendwas zu tun. Aber das hat sie ja auch nicht gemacht, weil sie sich für eine Seite entschieden hat, sondern das hat sie gemacht aus egoistischen Gründen, um zu erfahren, wo ihr Sohn ist. Das hat sie ja nicht gemacht, weil sie dachte, ich unterstütze Harry und die gute Seite und den Orden. Also davon ist sie auch wirklich ganz weit weg gewesen. Und auch so hätten auch Lucius und auch Draco agiert, wenn sie in einer ähnlichen Situation gewesen wären. Denn auch die werden sich, wenn sie so im Scheinwerferlicht gewesen wären, hätten sie sich nicht positioniert, weder gegen noch für Voldemort. Und im Zweifel immer nur für die Seite, die gerade für sie sinnvoll ist, das hatten wir ja schon gesagt. Von daher, Familie Melfoy hat total verkackt. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, warum man die so feiert, weil ich mir denke, das sind doch einfach nur Fähnchen im Wind und irgendwie sind sie doch total jämmerlich und erbärmlich. Und klar standen die mal die ersten fünf Bände für, nicht mal fünf, die ersten vier Bände für irgendwas, wo du halt als Leser und auch als, wenn du die Filme gesehen hast, vielleicht denkst du so, wow, die sind so voll reich und die sind voll cool. Aber wenn man doch genauer hinschaut, ist da überhaupt nichts cool. Nur heiße Luft. Ja, toll. Und Reichtum macht einen ja auch nicht zu einer Person. Und die Charakterzüge aller drei sind doch kacke. Ja, auf jeden Fall. Die sind doch total überbewertet. Die ganze Familie. Und waren die wahrscheinlich schon immer. Also die Familie Malfoy allgemein auch hundert Jahre zurück oder länger. Ich glaube, die waren schon immer kacke. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nur in der Generation ist jetzt doof, weil da halt Voldemort das Licht irgendwie auf die Malfoys anders, der hat die halt anders präsentiert und dann ist halt alles kacke geworden. Ja. Ja, ist halt schade. Falsche Entscheidungen getroffen im Leben. Ja. Naja. Wir haben ja noch ein wunderschönes Kapitel vor uns. Das ist 19 Jahre später. Wunderschön. Dort erfahren wir, dass Draco Astoria Greengrass geheiratet hat. Wir wissen nicht, woher sie sich kennen. Also Daphne Greengrass ist ja in Dracos Jahrgang. Vielleicht kennen sie sich irgendwie durch die ältere Schwester. Keine Ahnung. Jedenfalls bekommen die beiden einen Sohn im gleichen Alter wie Harrys Sohn, nämlich Scorpius. Und deswegen begegnen sich Draco und Harry und die anderen ja auch am Gleis 975 wieder, als sie ihre Söhne dort verabschieden, weil sie nach Hogwarts fahren. Mhm. Und inzwischen ist Dracos Stirn schon etwas kahl. Sein Kinn ist noch spitzer und sein Sohn ist ihm natürlich aus dem Gesicht geschnitten. Natürlich. Also die Gene. Die Malfoy-Gene. Sie sind sehr stark. Natürlich. Und als Draco das Trio sieht, dann nickt er nur kurz. Also es ist kein richtiger Hass mehr. Es ist keine Konkurrenz mehr zwischen ihnen, weil den Kampf hat er eh verloren. Es ist einfach nicht mehr viel, außer dieses kurze Zunicken. Ja. Also man erkennt an, dass man sich kennt. Das reicht vielleicht auch. Mehr brauchen wir nicht. Ich finde es gut, dass sie sich nicht prügeln wie Arthur und Lucius. Das finde ich schon mal sehr fortschrittlich. Ich bin auch froh, dass sie das jetzt, dass sie das so zu einem Abschluss gebracht hat und nicht gedacht hat, also jetzt muss ich mal gucken, dass Malfoy und Harry irgendwie noch eine Verbindung kriegen oder so. Nein, das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren. Dieses Nicken, dass man anerkennt, dass man sich kennt, das finde ich ist okay. Es reicht. Weitere Gefühlsaustausche oder Gespräche möchte ich dann nicht sehen. Das fände ich inkonsequent und unnötig, sodass ich damit leben kann. Aber gelesen habe ich es jetzt nicht nochmal, weil ich mag 19 Jahre später. Ich mag die Situation, das Setting nicht. Ich mag nichts an diesem Kapitel. Deswegen ist es jetzt auch quasi formal. Hast du noch abschließende Worte? Ja, ich habe die allerletzten abschließenden Worte zu Draco. Gib sie mir. Ich habe sie schon vor längerer Zeit geschrieben. Deshalb lese ich jetzt einfach nur vor, was hier steht. Bitte. Ich übernehme keine Verantwortung für meine Gedanken. Ich habe das so vermisst, das zu hören. Ich denke, in den vorangefangenen Folgen haben wir das wirklich schon oft genug erwähnt und Draco schon oft genug runtergemacht. Ich möchte das jetzt einfach kurz halten. Ich verstehe den Hype um Draco nicht. Ja, ich mag Tom Felton und er spielt Draco überzeugend. Nein, Draco macht keine großen charakterlichen Fortschritte und ist eher zu bemitleiden. Die Familie Malfoy ist keine Familie, zu der ich gehören wollen würde und Draco ist am Ende auch nicht gut. Nur weil er Harry nicht verrät. Das hatte ich jetzt während der Recherche nämlich ein paar Mal gelesen. Ja, aber der ist doch gut geworden, weil der hat Harry nicht verrät. Nein, der ist nicht gut geworden. Das haben wir in der Folge jetzt sehr deutlich gesagt. Draco ist am Ende einfach auch nur feige und steht nicht für sich selbst ein. Und ich bezweifle, dass er tatsächlich eigene Überzeugungen hat und auch später in seinem Leben wird er keine eigenen Überzeugungen haben, für die er einsteht. Ich frage mich, wie man da einen Sohn großziehen möchte mit einem starken Selbstbewusstsein. Aber okay, das ist nicht unser Problem. Okay, letztlich rennt er ja seinem Vater auch nur so lange hinterher, bis sie eben in diese Sackgasse kommen. Also es gipfelt dann ja in der Schlacht von Hogwarts. Und so kann die Familie, selbst kann sich gegenseitig ja nur so semi schützen. Und damit habe ich jetzt auch alles gesagt und das reicht mir und ich möchte nicht mehr so oft über Draco reden. Oder die Malfoys. Dann mache ich jetzt noch ganz schön meine abschließenden Worte und dann haben wir es geschafft mit diesem eine Folge für Draco. Super cool. Ich finde es irgendwie ein bisschen interessant, dass Draco letztendlich der Schlüssel zu allem ist, weil er hat Numbledore entwaffnet und ist dadurch Besitzer des Elderstabs geworden, ohne dass er es selbst wusste. Aber dadurch, dass Harry Draco später entwaffnet, ist Harry der Besitzer des Elderstabs und kann somit ja Voldemort besiegen. Also das ist ja der springende Punkt, warum Harry ihn besiegen kann. Stimmt, ja. Wir hatten das ja schon mal gesagt, dass auf alle Aktionen von Draco Reaktionen von Harry folgen und Harry kann immer aus diesem Mist, den Draco verzapft, immer etwas Gutes machen. Und so hätte er es ja am Ende auch wieder geschafft. Denn es war Voldemorts Fehler, den er ja nicht gesehen hat, dass Draco eben der eigentliche Besitzer war. Und daraus konnte Harry wieder was Positives machen. Also das ist, sag ich mal, jetzt das Positive. An sich zeigt sich Draco aber in diesem Buch wieder von seiner allerschwächsten Seite. Also er ist gebrochen, er ist ein Feigling, er sorgt sich zwar irgendwie ja um seine Familie und seine Freunde, aber es ist zu spät, weil er ist den falschen Weg gegangen, weil er dachte, es ist der einfachste Weg. Aber es war ja nicht einfach, es war einfach nur falsch, was er gemacht hat. Und im Grunde kann er von Glück reden, dass er nur als Verlierer, aber nicht als Toter aus dieser Schlacht gekommen ist. Klasse. Super. Yay. We did it. Ein Buch, eine Folge Draco. Wir haben es geschafft. Draco, mein Volk. Dann kommen wir zur Eulenpost. Die Eulenpost ist von Jeannie Weasley. Hallo Schokofrösche, ich liebe euren Podcast und ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Eine Frage, warum konnte sich Sirius ohne Zauberstab in Azkaban in einen Hund verwandeln, aber Peter konnte es im dritten Teil nicht ohne Zauberstab? Ich habe die Tests nicht bei Wizarding World gemacht, da ich nicht gut Englisch kann, aber ich bin ein Gryffindor und mein Patronus ist ein Fuchs. Ich finde es toll, dass ihr das macht und ich lerne oft noch Sachen, die ich noch nicht wusste. Vielen Dank und macht weiter so. Ja, danke für die liebe Eulenpost. Ja, Antonia, was sagst du? Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Ich fand das eine sehr spannende Frage. Ja. Ich, also es geht ja um folgende Situationen. Peter hat im dritten Teil, als er flieht. Ja. Da schnappt er sich ja irgendwie Rons Zauberstab und verwandelt sich dann in die Ratte und kann dann entkommen. Ja. Sirius ist ja in Azkaban natürlich ohne Zauberstab und er ist auch später, als er flieht, dann in der heulenden Hütte ohne Zauberstab und verwandelt sich ja hin und her. Ich habe mich auch gefragt, das wäre ja voll der Fehler, weil das ist ja jetzt nicht, dass man sagen könnte, das liegt am Buch oder am Film oder sonst irgendwas. Nee, das ist ja im Buch genauso wie im Film. Und im Film gleich, ja. Jetzt habe ich die Vermutung, dass es nur an der Stelle liegen kann, dass Peter vermeintlich den Zauberstab braucht, um sich zu verwandeln. Weil ich glaube, vielleicht braucht er den nicht, um sich zu verwandeln, aber der ist ja gefesselt. Vielleicht braucht er den Zauberstab, um sich zu entfesseln, um sich dann verwandeln zu können. Macht dann, ja. Weil ich glaube nicht, dass man den Zauberstab braucht, um sich zu verwandeln, weil wenn man einmal das geschafft hat, ein Animagus zu werden, dann reicht die Magie. An sich, also dass man nicht noch einen Zauberstab braucht. Man könnte es auch ein bisschen einfacher machen, indem man einfach sagt, die magischen Fähigkeiten von Wurmschwanz und auch von Ceres unterscheiden sich eben gravierend. Und deshalb ist Wurmschwanz vielleicht auch einfach nicht in der Lage, das ohne Zauberstab auszuführen. Ja, aber dann frage ich mich, was passiert denn mit dem Zauberstab? Also wenn jetzt Rita Kimcon sich verwandelt in einen Käfer, dann hat sie ja keinen Zauberstab auf dem Rücken. Nee, aber es macht ja schon Sinn, weil sie ja vielleicht auch einfach stärker ist als Wurmschwanz. Wurmschwanz an sich ist ja... Ja, aber er hat es trotzdem geschafft, ein Animagus zu werden. Also ich glaube wirklich eher, dass es die... Ja, aber ja nur mit Hilfe. Das Animagus, ja, aber das Animagus sein, da reicht die Magie aus, die Verwandlung. Ja. Ich glaube, dafür brauchst du einfach keinen Zauberstab. Und er brauchte den Zauberstab in den Momenten nur, um sich von den Fesseln zu befreien. Ja, ich kann... Also ich zum Beispiel, ich könnte auch gut mit der Antwort leben, dass Ceres einfach stärker ist und auch alle anderen und Wurmschwanz halt nicht. Und deshalb braucht er das. Da könnte ich gut mit leben. Ja, weil das ist, ich glaube, das ist ja der Hack von einem Animagus sein, dass du es eben ohne Zauberstab machen kannst, weil sonst könntest du dich ja wie Viktor Krumm zum Beispiel in den Hai einfach mit Zauberstab selber irgendwie verwandeln. Das könnte ja theoretisch jeder gute Zauberer, klar, da brauchst du Skills für, aber wenn du jetzt guter Zauber bist, könntest du das einfach mit einem Zauberstab dich verwandeln. Nein, der Trick beim Animagus sein ist eben, dass du keinen Zauberstab brauchst. Das ist vielleicht dann der Vorteil davon. Das heißt, wir haben einfach eine Schluderigkeit von J.K. in diesem Fall hier entdeckt. Ja, dass es nicht genau, genau beschrieben ist. Man hat Interpretationsvielfalt. Genau, also es hätte ja nicht viel für sie gebraucht, zu sagen, mit dem Zauberstab befreite sich Peter erst von seinen Fesseln, um sich dann in einen Animagus zu verwandeln und abzuhauen. Aber ich glaube, sie hat auch selber in dem Moment nicht nachgedacht. Also ich glaube, ja, also plausibel ist so, wie du das versucht hast zu erklären. Aber ich glaube, dass J.K. in dem Moment das nicht bewusst war, dass sie da hätte das nochmal genauer erklären müssen, weil es eben zu Missverständlichkeiten kommt. Genau, stimmt. Aber dafür gibt es ja Potterheads, die solche Lücken finden und füllen. Ja, mit Vermutungen füllen. Das ist ja natürlich jetzt nicht in diesem Wissen, sondern das ist jetzt einfach nur die logischste Schlussfolgerung. Aber ihr könntet es ja J.K. schicken und vielleicht confirmt sie das dann irgendwann mal oder auch nicht. Ja. Falls sie noch weiß, was Harry Potter ist. Dein Animagus. Das stimmt. Es ist ja auch schon alles voll alt, ne? Also safe. Das ist wahnsinnig, wie lange das her ist. Also wann hat die die Bücher das letzte Mal gelesen? Das ist wahrscheinlich das letzte Mal hat sie die Bücher gelesen, jedes einzelne, als sie das vor der Abgabe zum Lektor geschickt hat. Und Ausschnitte davon vielleicht mal bei einer Lesung, wobei sie die ja glaube ich auch nur für so Charity, die macht ja jetzt keine normalen Lesungen, also schon lange nicht mehr. Wenn, dann hat sie die nur gemacht für so Charity-Events, glaube ich, dass sie da mal vielleicht was gelesen hat. Ja, da hat die aber bestimmt auch das vorgegeben gekriegt im Zweifel. Ich glaube, der hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, sich da selber eine gute Stelle rauszusuchen. Krasse Sache. Ja, cool. Ja, dann sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ja, krass. Voll cool. Wir haben es geschafft. Es hat geklappt, Antonia. Yay. Ich bin richtig glücklich. Ja, ich auch. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge auch gefallen und ihr freut euch, dass wir wieder eine richtige Schokofroschkarte aufnehmen konnten. Ja, zu zweit. Ja. An einem Stück. Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall wieder Schokotratsch. Ob wir das jetzt zusammen machen oder ich mir wieder was anderes überlege, das wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen auch noch nicht so genau, wann die Folge rauskommen wird. Jetzt ist ja auch dann erst mal Ostern. Das heißt, da haben wir natürlich auch wieder erst mal ein paar Tage frei. Da gucken wir mal, wie es läuft. Ja, genau. Mal gucken. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch schöne Feiertage, ob ihr jetzt Ostern feiert oder nicht. Vielleicht feiert ihr ja auch nach Ostern noch Ramadanende, also Zuckerfest. Genau. Wir wünschen auf jeden Fall euch allen eine schöne Zeit und einen schönen Frühlingsanfang. Ja. Und überhaupt viel Sonne und Spaß am Leben. Kann man immer gebrauchen. Genau. Hört auf jeden Fall auch weiterhin unsere alten Folgen. Die sind ja auf jeden Fall immer zuverlässig für euch da, auch wenn bei uns jetzt keine neue Folge kommt. Und wir freuen uns auf jeden Fall nach wie vor über euren Support und euer Verständnis, wenn mal eine Woche keine Folge rauskommt. Und das ist wirklich sehr, sehr lieb von euch. Und dann freue ich mich, wenn ich in der nächsten Folge im besten Fall wieder mit dabei bin. Und sonst höre ich auch gerne Antonia und das, was mir und vor allem Antonia sich so ausgedacht hat. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Hey, ich habe deinen Klacken gar nicht gehört. Ja, ich hatte das Mikro schon aus. Oh. Okay. Die anderen blutreinen. Draco. Ach, Draco. Oh, mein Gott, diese Namen. Ich habe witzigerweise hier stehen, dass es ausgerechnet Draco erscheint, um Harry zu retten, anstatt Dobby. Das ist ein ganz anderes Buch, was du da hast. Mit Voldemort. Voldemort. Was? Voldemort. Hast du den Teil, dass Voldemort jetzt so wütend ist noch? Nee, habe ich auch nicht. Also, ich habe anscheinend da aufgehört. Ja, und der ist natürlich Draco auch. Ach, mein Gott, schon wieder. Ich denke auch nicht, dass er sich nicht entscheiden kann, weil er denkt, also, es ist jetzt schwierig, was ich sagen will. In meinem Kopf macht das Sinn, aber es macht keinen Sinn, wie ich es ausspreche. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja. Nein, du hast recht. Aber Draco, also, Voldemort hat und Draco, und. Oh, ich sag die ganze Zeit Draco zu allen Menschen. Draco, Astoria, Gringel. Dann hau die Eulenpost doch raus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dadurch, dass ich jetzt auch eine Folgeleine gemacht habe, sehr viele Eulenpost. Ich schicke sie dir einfach bei WhatsApp, was hält sie dir davon. Dann muss ich mein Handy benutzen. Ja, ich muss das gerade auch benutzen. Das ist okay jetzt für mich. Wie habe ich es dir geschirkt? Kann sie überhaupt lesen? Das wissen wir nicht. Eventuell nicht. Kann die überhaupt schreien? Ja, nee, auf jeden Fall. Krasse Sache. Ja. Wie unsouverän wir sind.